Jean-Marie Leclerc ist im Frankreich des 18. Jahrhunderts als Komponist und Violinist sehr erfolgreich. Am Morgen des 23. Oktober 1764 wird der 67-Jährige nach zwei gescheiterten Ehen tot von seinem Gärtner in seinem Haus in Le Marais in Paris, das damals als gefährliche Nachbarschaft gilt, aufgefunden. Er wurde mit drei Messerstichen ermordet. Leclerc hatte kein Geld zur Verfügung, das jemand hätte stehlen können. Neben seinem Gärtner, der bereits eine Gefängnisstrafe hinter sich hat, gerät Leclercs Neffe, Jean-Francois Vial, unter Verdacht, der seinen Onkel gehasst haben soll, da er seine Musikkarriere nicht unterstützt hat. Vial behauptet allerdings, dass er in der Nacht gar nicht in Paris war. Leclercs Ex-Frau, Louise Roussel, gerät ebenfalls unter Verdacht. Sie hatte ebenfalls kein Geld, doch das hätte sich durch den Verkauf von Leclercs Haus ändern können. Niemandem kann die Tat nachgewiesen werden und Leclercs Tod bleibt eins der Mordmysterien des Paris des 18. Jahrhunderts. Für Kriminalfälle in voller Länge schaut mal auf meinem Kanal vorbei, nicht nur wenn es dunkel wird. Bis gleich!